Hallo zusammen! Hier seht ihr den neuen Renault Zwingo. Das ist der Bruder des neuen Smart von Renault gebaut. Sehr weibliche Form mit einem unglaublich großen Kofferraum. Ich zeige euch das mal. Mit einem speziellen Verschluss, bei dem man unter diese Mulde greifen muss. Jetzt ist es offen. Ein großer Kofferraum. Wenn die beiden Rücksitze umgeklappt sind, entsteht eine tiefe Ladefläche. Das ist sehr praktisch. Ich glaube, dass das mal an ist. Es geht wirklich tief ins Auto rein. Eine gelungene Form, eine Coupé-hafte Integration der hinteren Tür. So sieht der neue Zwingo aus wie ein Zweitürer. Jetzt machen wir die Tür auf. An den Dernis. An den Fiat Panda erinnerndes Innendesign. Gut geformte Sitze mit großen Auflageflächen für die Beine. Und eine Kiste, die man herausnehmen kann. Für Abfälle, Dinge die man transportieren möchte. Ja, das ist der neue Zwingo. Mit einem wunderschönen großen Falschiebedach ausgestattet kommen Sonne, Licht und Wind in den neuen Renault Zwingo. Ciao.